Danach die Rumänen bei dem Fall, oder? Also für Mordnacht haben alle in Wasser sich das Alibi. Einbruch im Computerkurs, man sieht alles. Also die Rumänen? Nee, nicht ganz. Der Chef der Barne kommt aus Leipzig. Weißloch. Soll der Moorart Schwärme auf dem München abgesucht werden? Ich hab mir schon gedacht, dass die Falle mal nicht. Moorart nicht. Das hat der DNA-Test erwiesen. Ich hab mich schon umgehört. Nadine wurde vor drei Monaten im Sankt-Georg-Haus gegen Selbstmordversuch behandelt. Ihr Vater hat sich dann ganz schnell aus dem Krankenhaus wieder ausgeholt. Angeblich war er nicht zum Psychologen fest. Was meinst du, Vater? Er lebte allein mit ihr. Moment mal, was soll das denn wieder heißen? Also wir wissen definitiv, dass es Moor nicht war. Vielleicht hat Nadine ihm irgendwas erzählt. Sie hatte vertronen zu ihm. Ich glaub, sie war sogar ein bisschen verknallt in ihm. Hatte der Vater Antwort? Geht zwischen? Kommt zum Streit? Könnt's passen, Mann. Vielleicht hat Moor Williams mit einer Anzeige gedroht und Williams hat ihn zum Schwein gebracht. Also irgendein Inzest. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ist zwar nicht der Kumpel Daddy, den man sich in so einem Alter wünscht, aber... Ich glaub, er wär's gern. Was? Speichelpohl. Dann sind wir ja was für einer Anzeige hier ist. Ich rede noch mal mit Nadine. Kann ich die Lüge mitnehmen? Was ist mit der Freundin? Renate Messe? Ja, zuzutrauen wäre sie ja. Aber ihre Überraschung war nicht gespielt, als ich wo sie saß. Und der Kumpel ist wiederum gebracht. Aus Eis und Luft. Und der Kumpel ist wiederum gebracht. Ich weiß, wie es kamen nicht herein. Ich weiß, wie es kamen. Das war. Ich weiß sie.